455 Weinstephan ist ein Stadtteil von Freisingen-Oberbayern. Es liegt auf dem nach der Abtei Weinstephan benannten Weihennstephaner Berg im Westen der Stadt. Geschichte Um 1020 lebten im Kloster Weinstephan Säkula Canonica. Diese versetzte der Freisinger Bischof E. Gilbert von Moosburg in das damals verölte Freisinger Kloster St. Veit und ersetzte sie durch. Benediktiner Mönche aus dem Moosburger Kloster St. Kastolus. Die Klosterkirche wurde St. Stephan geweiht. Weinstephan war eine Klosterhofmark, zu der auch das Dorf Vötting gehörte, mit Niedergerichtsbarkeit. Im Zuge der Säkularisation in Bayern wurde die Abtei 1803 aufgelöst. Im Februar 1812 wurde die zur Pfarrkirche erhobene Abteikirche abgebrochen. Gebäude und Stallungen, Felder und Wälder des säkularisierten Klosters wurden verkauft bzw. der im Herbst 1803 aus München übersiedelten Forstschule und einem neu gegründeten Musterlandwirtschaftsbetrieb übertragen. Die im Kloster Weinstephan gegründete und 1803 verstaatlichte Brauerei ist seit 1921 bayerische Staatsbrauerei. Der Ort Weinstephan gehörte zur 1818 gegründeten Gemeinde Vötting und wurde am 1. April 1937 als Ortsteil von Vötting in die Kreisstadt Freising. Eingegliedert Wirtschaft Auf dem Weihennstephaner Berg hat die bayerische Staatsbrauerei Weinstephan ihren Sitz, sie ging aus der Klosterbrauerei hervor. Die staatliche Molkerei Weinstephan zog im Jahre 1998 vom Weihennstephaner Berg auf das ehemalige Schlütergut südlich von Freising, wurde 2000 privatisiert und wird seither als Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe Theo Müller fortgeführt. Bildungs- und sonstige Einrichtungen Aus der nach der Säkularisation gegründeten Forstschule und dem Muster Landwirtschaftsbetrieb entstand der heutige Campus Freising Weinstephan mit zwei Hochschulen und weiteren Forschungs- und Bildungseinrichtungen, darunter das Wissenschaftszentrum Weinstephan. die staatliche Fachschule für Blumenkunst, die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, die Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, die Forschungsanstalt für Gartenbau Weinstephan, das Zentrum Wald-Forst-Holz-Weinstephan, das Agrarwissenschaftszentrum Weinstephan. restlichen Ach·� à-diast nell'Einstephan. Ja, das waren auf der Säkul estamos mit der W&M cosa-ręcemos.